Bilder, Fotos oder Kunstwerke von künstlicher Intelligenz erstellen zu lassen, ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Use Cases überhaupt von KI. Der ganze Bereich hat sich in den letzten Monaten so wahnsinnig schnell weiterentwickelt, dass es da mittlerweile echt viele Möglichkeiten gibt. Und es ist eben nicht nur so, dass es so Tools wie MidJourney gibt, die wirklich explizit darauf ausgelegt sind, sondern diese Möglichkeit zur Bildgenerierung ist mittlerweile auch in viele andere Tools direkt integriert, so dass man das quasi noch besser in seinen Prozess, seinen Workflow einbauen kann. Und eins dieser Tools ist Canva. Da gibt es die sogenannte Text-zu-Bild-Funktion. Du beschreibst also in einem Text, was für ein Bild du haben möchtest, da dauert es ein paar Sekunden und Canva, die KI, generiert dir dann eben dieses Bild. Das ist in dem Fall insofern extrem nützlich, als dass du dir halt einfach individuelle Bilder generieren lassen kannst, wenn du sie gerade brauchst für Präsentationen oder Social-Media-Posts oder was auch immer. Anstatt halt generische Stockfotos zu verwenden, die schon tausende andere Menschen benutzt haben. Und du kannst natürlich auch Bilder erstellen, die sehr futuristisch sind oder sehr kreativ oder auch einfach nicht real, also ein Hund, der Auto fährt oder sowas. Und das Ganze kannst du dann, wie gesagt, in diesen Prozess einbauen, wenn du gerade ein neues Design erstellst. Und du merkst, ich brauche jetzt ein Bild dafür, dann lässt du das kurz generieren und es ist eben direkt in diesen Workflow integriert. Du musst dann nicht irgendwie noch zwischen Tools hin und her wechseln. Wie du diese Text-zu-Bild-Funktion von Canva am besten nutzt und vor allem, wie du auch richtig gute Bild-Prompts formulierst, damit du mit den generierten Bildern dann auch wirklich was anfangen kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wenn du noch mehr über die Möglichkeiten der Canva AI oder generell von Canva erfahren willst, dann komm gerne in die Canva Masterclass. Das Video hier ist übrigens auch aus dem Kurs. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und jetzt starten wir mit dem Tutorial. Bevor wir in den Editor starten, erstmal noch ganz allgemein zu der Frage, warum solltest du überhaupt die Text-zu-Bild-Funktion in Canva nutzen, wenn es ja auch Tools wie Midjourney gibt. Was auf jeden Fall dafür spricht, ist die Tatsache, dass die Funktion natürlich eben direkt in dein Workflow integriert ist, wenn du Canva E für Grafiken etc. nutzt. Und wenn du vielleicht gerade ein Bild brauchst, um das in eine Präsentation einzubauen, dann kannst du einfach vom Canva-Editor aus das Bild generieren, direkt einfügen, gegebenenfalls noch mit anderen AI-Funktionen wie Magic Edit bearbeiten und fertig. Da sparst du dir also das Hin- und Herwechseln zwischen unterschiedlichen Tools. Außerdem ist Text-zu-Bild in Canva definitiv leichter zu bedienen als zum Beispiel Midjourney aktuell. Zumindest ist das so meine Einschätzung. Bei Midjourney musst du in den Discord-Server rein, den auch noch Millionen anderen nutzen. Das ist jetzt nicht gerade das Übersichtlichste. In Canva ist es sehr einfach zu bedienen, wie du gleich sehen wirst. Das sind also Dinge, die für Canva sprechen. Ich muss aber auch direkt dazu sagen, dass die Ergebnisse, also die generierten Bilder, von der Qualität her noch nicht immer an Midjourney rankommen. Das wirst du gleich bei den Beispielen auch sehen, da ist teilweise noch sehr viel Luft nach oben. Außerdem gibt es bei Canva ein Limit von 100 generierten Bildern pro Tag. Und da jedes Mal, wenn du einen Befehl eingibst, vier Bilder generiert werden, von denen du dir dann das Beste aussuchen kannst, bist du da also auf 25 Prompts pro Tag beschränkt, 25 Befehle, die du eingeben kannst. Die sind aber kostenlos. Also unabhängig davon, ob du Canva Pro nutzt, hast du aktuell diese 25 Prompts jeden Tag zur Verfügung. Das erstmal so als Überblick, beziehungsweise als kleine Einordnung von der Canva Text-zu-Bild-Funktion im Vergleich zu Midjourney. Jetzt schauen wir uns wirklich mal an, wie das Ganze im Edi-Show aussieht. Um mit Canva Bilder von der KI erstellen zu lassen, musst du ein Design öffnen, also in den Editor reingehen. Ich erstelle also hier mal ein neues, nehme mal einen Instagram-Post. Und wenn du Text-zu-Bild dann das erste Mal nutzen willst, dann klickst du hier links in der Menüleiste auf die Apps. Eventuell wird dir Text-zu-Bild direkt schon hier oben angezeigt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann kannst du hier einfach nach Text-zu-Bild suchen. Und dann ist es diese lila App hier quasi. Da kannst du einmal draufklicken und dann wird Text-zu-Bild hier deiner Menüleiste hinzugefügt. Und genau, dann kannst du also jederzeit darauf zugreifen und diese App nutzen. Hier siehst du jetzt auch direkt, wie das Ganze aufgebaut ist. Und oben in dieses Textfeld gibst du deinen Prompt ein, also den Befehl, wie das Bild aussehen soll. Bei Generative AI, also der Erstellung von Bildern oder auch von Texten mithilfe von künstlicher Intelligenz, ist die Formulierung dieses Prompts mit Abstand das Wichtigste. Deswegen werden wir da gleich auch im Detail noch zu kommen. Du kannst dir hier auch schon ein Beispiel anzeigen lassen, zum Beispiel dunkles Interieur mit Tischgesellschaft, 18. Jahrhundert. Wenn du es liest, hast du vielleicht schon direkt ein Bild im Kopf. Und genau, darauf basierend, also auf dem, was du hier eingibst, würde dann eben das Bild erstellt. Nehme ich mal wieder raus, das Beispiel. Hier drunter, und das ist jetzt bei Canva wirklich gut gemacht, wie ich finde, kannst du dann noch den Stil direkt auswählen. Das ist was, was du bei Mid-Journey aktuell zum Beispiel auch auf jeden Fall noch in den Prompt einfügen musst. Bei Canva stehen dir hier eben schon einige voreingestellte Stile zur Verfügung. Und wenn du auf Alle sehen klickst, dann siehst du hier auch die gesamte Auswahl. Du kannst also verschiedene Fotografiestile wählen, digitale Kunst oder die sogenannte bildende Kunst. Das ist dann zum Beispiel auch sowas wie Aquarellfarben, also Bilder, die aussehen, als werden sie mit Aquarellfarben gemalt. Okay, und das hat die KI jetzt also aus meinem Prompt gemacht. Sieht schon mal okay aus, wie ich finde. Wenn dir keine der Varianten gefällt, klickst du hier unten auf Nochmal erstellen. Dann wird der gleiche Prompt und die gleichen Einstellungen nochmal verwendet, beziehungsweise kannst du hier unten natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen anpassen. Es ist aber grundsätzlich so, dass du eigentlich nie zweimal das gleiche Ergebnis kriegst. Also selbst bei genau den gleichen Einstellungen, wenn du es nochmal neu machst, dann werden eben auch nochmal neue Bilder generiert. Wenn du was anderes einstellen möchtest, dann klickst du hier unten auf Neuanfangen und kommst dann eben zurück in die Übersicht. Das so als genereller Überblick, wie diese Text-zu-Bild-Funktion aufgebaut ist und wie du sie nutzt. Am Ende ist es bei der Canva AI und auch bei anderen KI-Tools einfach so, dass die Qualität deines Prompts super entscheidend ist. Und je besser der Prompt, desto besser werden am Ende auch die Ergebnisse sein. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie du deine Prompts optimieren kannst. Am Anfang, wenn du so ein Tool zur Bildgenerierung zum ersten Mal nutzt, kann es extrem hilfreich sein, wenn du dir erstmal ein bisschen Inspiration holst. Denn wenn man nun mal alles machen kann, also wirklich jedes denkbare Bild in ein paar Sekunden einfach generiert werden kann und einem da alle Möglichkeiten offen stehen, fällt es mir zumindest manchmal schwer, überhaupt einen Anfang zu finden. Und diese Website hier kann dir aber genau diesen Anfang liefern. Das ist lexica.art. Das ist quasi eine riesige Bibliothek an Bildern, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Und zwar mit der gleichen Technologie, die auch Canva benutzt. Das ist Stable Diffusion. Canva hat quasi Zugriff auf diese Technologie und selber, soweit ich weiß, dann noch ein paar Filter drüber gelegt, damit zum Beispiel keine gewaltverherrlichenden oder diskriminierenden Bilder generiert werden können. Auf jeden Fall findest du hier auf der Seite wirklich ohne Ende Bilder, die mit der gleichen Technologie erstellt wurden. Und kannst jetzt hier nach Inspiration suchen. Wenn ich also mal bei meinem Beispiel von gerade bleibe, dann könnte ich jetzt hier mal nach Canadian Landscape suchen, um Bilder in die gleiche Richtung zu finden. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Es sind schon auf jeden Fall einige coole Sachen dabei. Wenn dir jetzt ein Bild gefällt und zu dem passt, was du dir vorstellst, dann kannst du einmal draufklicken. Und dann siehst du hier den Prompt, der dafür verwendet wurde. Die sind hier auf der Seite immer alle auf Englisch. Und das ist auch direkt das Erste, was ich dir mitgeben kann als Tipp. Englische Prompts führen zu besseren Ergebnissen als deutsche. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich bei meinen Tests gemacht habe. Deswegen versuche am besten, wenn du es kannst, deine Prompts auf Englisch zu formulieren. Das ist jetzt also der Prompt, der hier verwendet wurde. Und du siehst schon einen entscheidenden Unterschied zu meinem von vorhin. Dieser hier ist jetzt durchaus detaillierter. Also wir haben hier Skyscrapers overlooking an ocean of trees, descending from a gigantic mountain top by a beautiful blue glacier. Da kann man sich schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. In dem Sinne, dass das einfach ein bisschen, ja, bildhafter noch beschrieben wurde. Also was ich einfach nur gesagt hatte, war ja hier Berglandschaft in Kanada in der Abendsonne, schneebedeckte Gipfel, okay. Das kann man sich vielleicht auch schon ein bisschen besser vorstellen. Aber hier sind zum Beispiel noch ein bisschen Adjektive mit dabei. Also gigantic mountain, ein gigantischer Berg, ein schöner See dabei. Ja, das sind Adjektive dabei. Und dann ist das Ganze natürlich deutlich bildhafter schon beschrieben. Es ist hier genau beschrieben, was zu sehen sein soll. Und diesen Prompt kannst du jetzt mit einem Klick hier auf Copy Prompt kopieren. Und dann fügen wir den doch mal bei Canva ein und schauen mal, was dabei rauskommt. Ich gehe also hier auf Neuanfang, gebe dann hier den Prompt ein. Filter lasse ich hier mal auf Keine, um dann nichts zu verändern. Seitenverhältnis können wir auch mal Hochformat nehmen. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Okay, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Gucken wir noch mal. Das hier war das Originalbild. Und das hier sind also unsere. Wenn du ein Bild haben möchtest, dann kannst du es übrigens hier auch reinziehen. Können wir es mal ein bisschen größer machen. Es sieht natürlich ein bisschen anders aus, denn das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Wenn du den gleichen Prompt mehrmals verwendest, dann wirst du trotzdem immer unterschiedliche Ergebnisse haben. Und das ist auch das, was ich vorhin schon im Intro angesprochen hatte. Die Qualität ist wirklich nicht ganz so gut. Also ich finde, man sieht das zum Beispiel an den Bäumen ganz häufig. Da sieht man schon sehr deutlich, dass das von KI generiert wurde. Und da hängt Canva, also diese Text-zu-Bild-Funktion, den anderen Tools wie Midjourney doch noch etwas hinterher. Zumindest stand jetzt. Aber das muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Das wird kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich bin mir sicher, dass sich da noch einiges tun und verbessert wird. Aber du siehst auf jeden Fall schon, so kannst du dir also hier von Lexika.art so ein bisschen Inspiration holen. Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Ich kann hier zum Beispiel mal nach Graffiti suchen. Und dann schauen wir mal, was wir hier so dabei haben. Mir gefällt zum Beispiel das hier ganz gut von dem Skateboarder. Können wir mal schauen. Hier ist es jetzt ganz spannend. Hier siehst du nämlich jetzt quasi noch andere Komponenten im Prompt mit drin. Also hier ist beschrieben, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Und dann sind aber noch Angaben zum Stil des Bildes mit drin. Also wir haben hier Cyberpunk, Cinematic Scene, Digital Art ist hier zum Beispiel auch noch mit drin. Denn hieran kannst du quasi die nächste Faustregel ableiten. Je spezifischer der Prompt, desto besser wird am Ende auch das Ergebnis sein. Ist ja auch klar, wenn du genauer beschreibst, was du haben willst, dann wird das Bild am Ende mehr deinen Vorstellungen entsprechen, als wenn die Beschreibung eher allgemein ist. Kopieren wir diesen Prompt auch mal und fügen den bei Canva ein. Gehen also nochmal auf Neu anfangen. Fügen das Ganze hier ein und gehen auf Bild erstellen. Okay, die Ergebnisse sind jetzt durchaus komplett anders als hier beim Original. Das sah so aus. Hier haben wir jetzt andere Versionen davon. Das von Kanada nehme ich mal raus. Das hier muss ich aber sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ah, ich hatte es jetzt auch quadratisch wieder gemacht, sehe ich gerade. Das können wir vielleicht mal ein bisschen größer ziehen. Genau, und hier sehen wir halt diese Digital Art. Und das sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Der Arm hier, der ist nicht so gut geworden. Aber im Prinzip ist das schon auch ein ganz cooles Bild. Ich muss sagen, die Qualität bei so Digital Art ist hier bei Canva, finde ich, auch deutlich besser als bei generierten Fotos. Also wenn du eher in so eine Richtung gehen willst, dann wirst du wahrscheinlich damit auch schon bessere Ergebnisse kriegen. Eine Möglichkeit, dich besseren Prompts anzunähern, ist also auf jeden Fall hier bei lexica.art zu stöbern. Ich habe die Prompts jetzt immer eins zu eins übernommen beim Testen. Du kannst sie aber natürlich auch noch verändern und erweitern, damit es zu dem passt, was du haben möchtest. Und was wir jetzt gesagt hatten, englische Prompts funktionieren grundsätzlich besser. Und je spezifischer du beschreibst, was du haben willst, desto besser wird auch das Ergebnis. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, die Prompts immer komplett frei zu formulieren. Du überlegst dir, wie dein Bild aussehen soll und beschreibst das halt einfach. Ich finde es aber immer etwas einfacher, wenn man sich den Prompt eben nicht jedes Mal komplett frei ausdenken muss, sondern wenn man sich da an eine Art Formel oder Vorlage orientieren kann. Und wenn du eine solche Formel benutzt, kannst du auch wiederum andere KI-Tools zur Hilfe nehmen, um die Prompts basierend darauf erstellen zu lassen. Ich zeige dir jetzt mal, wie das funktionieren kann. Grundsätzlich brauchst du also erstmal eine Formel und die kann zum Beispiel so aussehen. A visually striking artwork featuring a subject surrounded by adjective elements in a dynamic motion style, characterized by unique texture or brush strokes and enhanced with desired atmospheric effect. Auf Deutsch so viel wie eine visuell beeindruckende Kunst, die ein Subjekt umgeben von Adjektive Elementen in einem dynamischen Bewegungsstil darstellt, gekennzeichnet durch einzigartige Textur- oder Pinselstriche und ergänzt mit gewünschtem atmosphärischen Effekt. Das hier in den eckigen Klammern sind also alles Platzhalter, die du austauschen kannst, je nachdem, was für eine Art von Bild du eben erstellen möchtest. In dem konkreten Fall könnte das so aussehen. Orange markiert sind jetzt hier die ausgefüllten Platzhalter. Du siehst, das ist jetzt wirklich schon deutlich detaillierter und ja, deutlich bildhafter auch, als das, was ich ganz am Anfang eingegeben habe. Und das hier sind die vier Bilder, die dabei rausgekommen sind. Alles ziemlich coole Bilder, wie ich finde. Das ganz links sticht natürlich ein bisschen raus, weil das Bild hier quasi an der Wand hängt. Das, ja, dieses Kunstwerk, das erstellt wurde, hängt so an der Wand. Diese Formeln machen einem das Formulieren der Prompts, wie ich finde, deutlich leichter, weil du dir eben nicht immer von Grund auf alles selber überlegen musst, sondern mit einer vorgegebenen Struktur arbeiten kannst. Und dadurch, dass es so viele Platzhalter gibt, kann da am Ende wirklich alles Mögliche bei rumkommen. Hier sind jetzt nochmal drei verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Formel aussehen kann. Das kann also wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Pausier das Video gerne kurz, speicher dir die Formeln ab, die du jetzt hier gerade im Video siehst und probier sie einfach mal aus. Oder pass sie natürlich auch an, damit sie deinen Vorstellungen entsprechen. Und jetzt wird es aber nochmal interessant, denn du kannst auch wieder KI-Tools nutzen, um die Formel quasi auszufüllen. Genau das habe ich bei dem Beispiel auch gerade gemacht. Das funktioniert zum Beispiel mit ChatGPT, aber auch mit MagicWrite von Canva. Der Prozess ist dann sehr ähnlich. MagicWrite kannst du mit der kostenlosen Version von Canva ja quasi testen. Also da hast du 25 Prompts zur Verfügung einmalig. Bei Canva Pro sind es 500 im Monat. Und ChatGPT kannst du ja komplett kostenlos nutzen. Kannst du dir also überlegen, wie du das machen möchtest. Ich zeige dir das jetzt mal mit ChatGPT. Das habe ich hier schon vorbereitet. Der Prompt würde also so aussehen, dass du sagst, hier ist eine Formel für ein Stable Diffusion Image Prompt. Also hier ist eine Formel für diesen Bild Prompt. Und dann eben fügst du die Formel ein, die du verwenden möchtest. Da habe ich jetzt diese hier genommen. Damit trainierst du also ChatGPT, dass es genau diese Formel verwenden soll. Und dann kommt hier als nächstes quasi die Aufgabe. Also ich gebe dir das Thema vor und du erstellst fünf Prompts basierend auf der Formel. Verstehst du das? Sag ja oder nein. Das kann man bei ChatGPT gerne immer nochmal nachfragen. Und dann sagt es ja, verstehe ich. Bitte gib mir das Thema. Und ich erstelle dann fünf Prompts basierend auf der Formel. Und dann habe ich das erste Thema vorgegeben. Das war Soccer Graffiti. Dann hat ChatGPT mir also fünf Varianten gegeben. Fünf Möglichkeiten, wie ich die Formel für dieses Thema nutzen kann. Hat also quasi sämtliche Platzhalter gefüllt. Davon können wir jetzt mal eine Variante nehmen. Nehmen wir einfach mal die erste hier. Und können das in Canva einfügen. Das kopiere ich also. Gehe dann hier in Canva rein. Füge das Ganze wieder ein. Und stelle dann jetzt auch keine weiteren Filter hier ein. Gehe dann auf Bild erstellen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde dir empfehlen, die Formel, die du hier in der Lektion runterladen kannst, einfach mal zu testen. Du kannst sie dann selber füllen oder wie ich von ChatGPT füllen lassen. Und das hier ist jetzt das Ergebnis. Und ich muss sagen, also die Bilder sind zum einen erstmal super unterschiedlich, was ich eigentlich ganz cool finde. Weil dann kann man sich wirklich was raussuchen, was einem gut gefällt. Du hast hier zwei Varianten, wo das Ganze, das Soccer Graffiti quasi eingebunden ist. Hier hängt wie so ein Bild über dem Sofa. Hier steht wie so eine Leinwand. Und genau, das ist jetzt also hier unser Soccer Graffiti. Können wir uns mal ein bisschen größer anschauen. Und das sieht auch schon wirklich ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen. Wie gesagt, füll die Formeln selber oder nutz eben ChatGPT dazu, so wie ich das jetzt hier gemacht habe mit dem Prompt. Das findest du auch alles in dem Dokument. Alternativ kannst du, wie gesagt, auch MagicWrite von Canva nutzen. Dafür kannst du hier unten auf den Canva Assistant klicken. Und dann gehst du hier auf MagicWrite. Und wenn du es noch nie benutzt hast, so wie ich hier in dem Account, dann sagst du jetzt ausprobieren. Und dann kannst du also hier deinen Prompt eingeben. Das ist jetzt hier ein kostenloser Account, deswegen kann ich das jetzt 25 Mal testen sozusagen. Hier schreibst du im Prinzip den gleichen Prompt rein, wie auch bei ChatGPT. Nur daran denken, dass das hier kein Chat ist, wo du also eine richtige Konversation führen kannst. Sondern du musst wirklich alles in einem hier reinschreiben. So Formeln können das Formulieren von Prompts, also wie ich finde, generell vereinfachen. Und wenn dir einmal komplett die Kreativität fehlt, dann kannst du eben auch KI nutzen, um dir hier Ideen für die Gestaltung der Bilder zu geben. Wenn du also weißt, was für ein Thema du haben möchtest, so wie ich jetzt hier Soccer Graffiti oder ich hatte es dann als nächstes auch noch mit meinem anderen Beispiel Canadian Landscape getestet. Und dann musst du dir eben nicht selber alles überlegen, wie das Ganze aussehen soll, sondern kannst dir da einfach von ChatGPT oder MagicWrite ein paar Ideen geben lassen. Das war jetzt wahrscheinlich eine Menge Input. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was das Wichtigste ist, wenn du mit der Canva AI Text-to-Bild-Funktion richtig gute Ergebnisse, das heißt richtig coole Bilder generieren willst. Als erstes, englische Prompts funktionieren am besten. Deswegen, wenn du Englisch kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das auch so zu machen. Dann ist es wichtig, dass du das gewünschte Ergebnis so präzise wie möglich beschreibst. Also benutze Adjektive, die die Richtung vorgeben, was zum Beispiel die Stimmung oder den Aufbau des Bildes angeht. Sag, ob du ein Foto oder ein anderes Bild haben willst, das heißt sowas wie Digital Art zum Beispiel. Je genauer deine Anweisungen sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die KI deine Absicht dahinter versteht und das wirklich dann so umsetzen kann, wie du es dir vorstellst. Und zuletzt, da bin ich bisher noch gar nicht drauf eingegangen, ist aber auch super wichtig, du kannst auch Referenzen vorgeben. Also wenn der Stil eines Bildes sich an einem bestimmten Künstler oder Fotografen orientieren soll, dann schreib das in den Prompt mit rein. Die KI wurde mit solchen Referenzen nämlich trainiert und kann das dann dementsprechend umsetzen. Ich hoffe, du hast jetzt schon eine gute Vorstellung davon, wie die Text-to-Bild-Funktion von Canva so funktioniert und was du damit für Möglichkeiten hast. Kommen wir jetzt abschließend nochmal zu ein paar Fakten. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, dass du auf 100 Bilder pro Tag limitiert bist. Das sind also 25 Prompts, weil ja immer vier Bilder erstellt werden. Und es ist nicht so, dass das quasi wirklich in einem Tagesrhythmus läuft und um Mitternacht werden die 100 wieder resettet. Sondern wenn du zum Beispiel um 10 Uhr morgens einen Prompt nutzt, dann dauert es 24 Stunden, das heißt bis 10 Uhr morgens am nächsten Tag, bis der eine Prompt dir wieder zur Verfügung steht. Du siehst leider nirgends, wie viele Prompts du schon verbraucht hast, das ist ein bisschen doof. Aber wenn du erstmal die richtigen Formeln gefunden hast, die gut zu dem passen, was du vorhast, dann kommst du mit 25 pro Tag auf jeden Fall auch schon ziemlich weit, denke ich. Und dann kommen wir jetzt noch zum Elefanten im Raum, zum Thema Copywriting und kommerzielle Nutzung. Also Copyright erstmal, wem gehören die Bilder, die mit KI erzeugt werden? Wie darf ich die benutzen? Das ist alles ein riesengroßes Thema und es ist eben einfach so, dass es dazu bisher noch keine Rechtsprechung gibt. Da ist noch wahnsinnig viel ungeklärt aktuell, deswegen kann ich dir da leider auch nicht mehr zu sagen und dir auch keine Fragen dazu beantworten. Ich habe davon absolut keine Ahnung, beziehungsweise gibt es auch einfach noch nicht so viel zu wissen, weil es wie gesagt noch nicht geklärt ist. Es gibt noch keine Rechtsprechung dazu. Was eben natürlich aber auch noch interessant ist, ist das Thema kommerzielle Nutzung von den Bildern, die die Canva AI für dich generiert hat. Dazu gibt es von Canva aktuell diese Aussage hier. Du darfst die Bilder also auch kommerziell nutzen. Es kann aber auch sein, dass andere Leute sie ebenfalls nutzen. Das ist also nicht exklusiv deins dann, aber es ist auch immer sinnvoll, sich da tatsächliche rechtliche Hilfe zu holen, wenn du dir irgendwie unsicher bist. Das ist also die Text-zu-Bild-Funktion der Canva AI. Ich hoffe, du hast durch dieses Video einen guten Eindruck bekommen, wie das Ganze so funktioniert und was vor allem damit auch so möglich ist. Wenn du noch mehr über die Möglichkeiten der Canva AI oder von Canva ganz generell erfahren willst, dann komm doch gern in die Canva Masterclass. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Würde ich mich freuen, wenn wir uns im Kurs sehen. Ansonsten würde mich auch sehr interessieren, das kannst du gern mal in die Kommentare schreiben, ob du die Canva AI auch schon benutzt hast, was du von dieser Text-zu-Bild-Funktion oder gern auch von den anderen AI-Funktionen von Canva hältst. Genau, schreib es gern mal in die Kommentare. Gib dem Video auch gern einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonnier den Kanal für weitere Tutorials und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.